Das könnte die Chance werden. Ja, mit viel Übersicht. Gute Idee dieser Ball. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten Sie ihm nicht mehr folgen.